IMW, Ihr zuverlässiger Partner für die Industriemontage. Druckmaschinen-Service, Maschinenmontage oder Anlagenmontagen, alles weltweit. Unser Team mit Elektronikern und Industriemonteuren übernimmt auch gerne Ihren Auftrag. Vor der Demontage setzt unser Elektroniker hier eine Druckmaschine zurück und übernimmt aus dem Speicher die eingegebenen Parameter. Die Daten werden gesichert und sind später wichtig für eine reibungslose Inbetriebnahme. Auch externe Software von Beistellungen wird separat gesichert. Im Folgenden werden die Seitenwände der Maschine geöffnet und unsere Mitarbeiter überprüfen das Innere auf mechanische Schäden. Vor Beginn der Demontage werden die Baugruppen voneinander fachgerecht getrennt. Zuerst in der vertikalen, dann in der horizontalen Ebene. 3 1 2 2 2 2 2 1 Wichtig ist, dass auch die maßlich relevanten Positionen gekennzeichnet werden. Nun beginnt die Demontage von Galerie, Podest und Beistellungen. Flüssige Medien, Schmierstoffe und Kühlstoffe werden selbstverständlich von uns vorschriftsgemäß entsorgt. Für eine zuverlässige Remontage am neuen Einsatzort wird von uns eine genaue Dokumentation der Elektroinstallation und der Demontage vorgenommen. Nun kann das Herausbringen der Kabel erfolgen. Nach einer letzten Überprüfung werden alle Beistellaggregate auf speziell dafür vorgesehenen Schwerlastpaletten mit VCI-Folie, einem besonderen Korrosionsschutz, verpackt und abtransportiert. Bei den einzelnen Baugruppen wird zum Schluss nochmals geprüft, ob alles ordnungsgemäß getrennt ist, um Schäden beim endgültigen Auseinanderziehen zu vermeiden. Mit Hilfe unseres eigenen speziellen Hebeportals mit einer Lastaufnahme bis zu 38 Tonnen werden nun die Module abgehoben, in VCI-Folie verpackt und ebenfalls auf Schwerlastpaletten verladen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am Ende wird die letzte und größte Baugruppe verpackt. Wie alle Teile wird auch dieses sicher und millimetergenau von unserem geschulten Fachpersonal ausgebracht. Wir übernehmen den Versand von Maschinen weltweit mit Hilfe unserer eigenen Schwerlasttechnik ohne jegliche Gewichtsbegrenzung. Nachdem die Maschinen hier sicher auf dem Schiff angekommen sind, geht die Reise weiter an den neuen Bestimmungsort. Wir organisieren den kompletten versicherten Transport für Sie, stets unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards. Imw – ein weltweit operierendes Unternehmen mit Sitz in Senden bei Ulm. Für die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 im Auftrag von der ZDF für funk, 2017 dort werdet ihr應, sind diese erst malzone. Untertitelung des ZDF, 2020